Musik Die Kirche im Kampf für die Pharmaindustrie, praktisch die Lobby. Ich weiß nicht, ob da Einnahmequellen vorhanden sind, wahrscheinlich nicht. So weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Herzlich willkommen bei HelloMeinung. Ja, was ist denn passiert? Also, am vergangenen Wochenende der Rhein-Neckar-Zeitung Facher stellen sich gegen Corona-Verharmloser. Ja, das sind die Märtyrer, hat man schon mal in der Geschichte, die dann auch irgendwelche Dinge hochgehalten haben, die sie dann später bitter bereut haben und heute keiner mehr etwas davon wissen will. Einige Dutzend Demonstranten zogen am Samstag durch Schwetzingen mehrere geistliche Konterten mit einem Transparent von der Evangelischen Kirche. Jawohl, Schwetzingen liegt in Baden-Württemberg. So, dann schauen wir uns doch mal an, was hier los war. Und zwar Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde um Pfarrer Stefan Groß und Franziska Betchen zeigten Solidarität auch mit der Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobotke, die seit ihrem Wort zum Sonntag Anfeindungen ausgesetzt ist. Frau Sobotke sagt, Impfen ist Nächstenliebe und dass der Impfstoff praktisch wie eine göttliche Fügung ist. Die göttliche Fügung für die Pharmaindustrie. Ja, so ist es ja. So, dann war es Schwetzingen. Die Stadt war am Samstag Nachmittag erneut der Schauplatz für eine Demonstration von Corona-Verharmlosern. Organisiert von der Gruppe Offene Gesellschaft Kurpfalz. Ja, das ist ja gut. Zwei Wochen vor einer ersten Veranstaltung auf dem kleinen Blanken trafen sich etwa 70 Teilnehmer dieses Mal auf dem alten Messeplatz. Der angemeldete Aufzug, wie es auf dem Ankündigungsplakat zu lesen war, stand unter dem Motto, wie wollen wir leben? Gesamtgesellschaftliche Abwägung für freiheitliche Demokratien. Das ist ja zunächst mal sehr glücklich und dem kann ich mich nur anschließen. Freiheitliche Demokratien, wie wollen wir leben? Und nicht, dass man sagt, hier friss oder stirb das, was du vorgesetzt bekommst. Aber wie gesagt, auf der Treppe der evangelischen Kirche entrollten Gemeindediakonin Margit Rote sowie Pfarrerin Franziska Betchen und Pfarrer Stefan Groß in Talaren ein Transparent mit der Aufschrift Impfen ist Nächstenliebe. Die sind so, ja, geht weiter. Die Pharma-Lobby freut sich. Impfen ist Nächstenliebe. Damit wollte man ein Zeichen setzen gegen Fake News und Hassbotschaften, sagte Betchen unserer Zeitung. Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich, sondern auch seine Nächsten und die Gesellschaft insgesamt. Impfen als Ausdruck der Nächstenliebe. Herr Pfarrer und liebe anderen Geistliche, die zuhören, was wissen wir denn über die Wirksamkeit? A, über die Immunisierung. Wie immunisiert es mich? Wie lange kann ich anderen nicht anstecken? Was wissen wir bitte über mittelfristige und langfristige Nebenwirkungen? Wissen Sie mehr? Klären Sie uns auf. Ich bin gerne dazu. Wenn Sie mehr wissen, ist das toll. Können Sie die Verantwortung übernehmen, wenn irgendetwas passiert? Die Europäische Arzneimittelagentur unter Vorsitz Ema Cook. Und wenn Sie informiert werden wollen, dann schauen Sie uns an weiter. Ema Cook war ein Großteil ihres Lebens Lobbyistin für die Pharmaindustrie. Sie entscheidet jetzt bei der Europäischen Arzneimittelagentur auch schwerwiegend mit über die Zulassung von Impfstoffen. Am 10. November letzten Jahres wurde groß verkündet vor dem Durchbruch der Impfstoff. Am 16. wurde Ema Cook als Vorsitzende der Arzneimittelagentur berufen. Und am 20. sind die Börsenkurse durch die Decke gegangen. Impfen ist Nächstenliebe, liebe Pfarrersleut. Mich interessiert mal, wie die anderen Pfarrer darüber denken. Ich meine, ihr könnt euch doch nicht dem nur anschließen. Ich meine, man überlässt hier Dinge. Die nächste Frage, die sich mir stellt, jetzt soll ja von BioNTech-Pfizer, soll ja der Impfstoff ab 12 Jahre freigegeben werden. Hat man Kinder entsprechend schon auf die Wirksamkeit getestet? Wenn ja, wo, wie alt, waren die Eltern informiert? Liebe Pfarrersleut, kümmert euch doch mal mit drum. Denn ich meine, eure Kirche übernimmt auch ganz andere Aufgaben. Bedford-Strom solidarisiert sich mit der Antifa. Wie wir hier sehen, ein junger Mann, Felix Lindemeyer, der 16-Jährige ist in der Evangelischen Kirche und Jugend mit Organisator Fridays for Future, Proteste aktiv, wollte zeigen, dass es auch Leute gibt, die die Pandemie als gefährlich ansehen. Das ist gut so. Junge Leute dürfen ja das hier machen. Aber junger Mann, ihr Fridays for Future arbeitet ja auch mit der BDS zusammen. Und die BDS ist diejenige, die die Souveränität von Israel weder territorial noch wirtschaftlich noch kulturell anerkennt. Also die Vernichtung Israels. Muss man mal mehr hinterleuchten. Mir wäre es ganz lieb gewesen, wenn diese Leute, die vor der Kirche hier gestanden sind, gesagt hätten, wir sind Christen. Und wir lassen es nicht zu, dass jüdische Mitbürger in Deutschland verfolgt, beleidigt, bedroht werden. Wir leben hier in Deutschland. Aber da müsstet ihr eure Fehler zugeben. Euer Heiligtum, was ihr dort mit habt. Ich sage immer wieder eines, jeder kann sich überlegen, ob er in der Kirche bleibt oder nicht. Ich habe diesen Entschluss vor Jahren getroffen, dass ich lieber gezielt Menschen unterstütze, anstatt hier Kirchenvertreter zu unterstützen, die auf der einen Seite sich an sexuellen Übergriffen bei Kindern, Schutzbefohlener, die es nicht aufklären. Es dauert jedenfalls ewig. Und Kirchenvertreter, die dem Sozialismus huldigen, wie Bedford Strom, der sich ja krampfhaft weigert, jegliche Diskussionen mit uns einzugehen. Warum? Dann müssten Dinge offenbart werden. Aber es ist schon erstaunlich, was hier so vorgeht. Und die Kirche ist für mich ein Politikum geworden, eine Nichtregierungsorganisation. Und ja, wird immer mehr an Bedeutung verlieren. Und solche Maßnahmen, Impfen ist Nächstenliebe und der Impfstoff ist praktisch wie eine Gottesfügung. Da lehnt ihr euch weit aus dem Fenster. Mich würde freuen, wenn uns Geistliche anschreiben, ihre Meinung sagen und auch mal in die Öffentlichkeit gehen. Das ist zahlreich geschehen, aber viele Geistliche haben Angst, dass ihnen das nachher zum Nachteil gereicht wird von ihren Oberhürden. Nicht vom lieben Gott, der liebe Gott denkt anders, aber von ihren Oberhürden in den einzelnen Bereichen dort und in den Schaltzentralen. Weil Kirche ist nichts anderes wie Politik und Funktionärsdenken. Aber schreiben Sie uns vertrauensvoll an unter kontakt.halle-meinung.de. Danke, sagt Peter Weber. Bitte dieses Video teilen, diese Sendung, den Kanal abonnieren und danke für eure Unterstützung. Die brauchen wir. Danke, sagt Peter. Danke, sagt Peter.